So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, denn heute war der Community Day mit Rob Ball. Und ich muss wirklich sagen, es war einer der schlimmsten Sea Days, die ich je hatte. Ich habe ja schon oft Titel gehabt wie, dieser Sea Day war Müll, dieser Sea Day war Rotz, dieser Sea Day ging gar nicht, dieser Sea Day war eine Katastrophe. Also dieser war wirklich, der war so verbuggt, in allen Bereichen mehr schief gehen wie heute, kann es eigentlich gar nicht. Was war das? Jetzt war da auch wieder ein Geräusch. Irgendwas ist gerade, ein Kabel ist abgegangen. Jetzt am besten noch in der Aufnahme, das Mikrofon verabschiedet sich noch oder so, das ist auch perfekt. Vielleicht ist das hier, weil ich vorhin mal den Drucker anschließen wollte, der Drucker ist auch, der verbindet sich nicht mehr, der Drucker ist... Das passt auf jeden Fall zum ganzen Tag. Was war denn jetzt das Problem? Normalerweise, also musst du es mittlerweile so machen, wenn du unterwegs mit dem Handy streamen möchtest, du musst auf dem Handy bei YouTube einen Stream erstellen. Das kannst du aber nicht so schön machen wie am PC. Am PC hast du da 200 Zeichen Platz, 200 Zeichen hast du Platz, wo du einen Titel schreiben kannst. Dann kannst du deinen Thumbnail da schön machen, bearbeiten, hochladen, hin und her. Du hast deine Beschreibung, du hast alles andere. Am Handy hast du so ein kleines Fenster, da hast du nur so ein Stück, wo ein Titel reinpasst. Da kannst du nicht mal den kompletten Titel hinschreiben, das geht nicht am Handy. Du musst am PC nachträglich diesen Titel bearbeiten, weil du auf dem PC plötzlich ja mehr Platz hast. Und kannst den ganz hinschreiben. Total schwachsinnig. Dann habe ich auch keine Thumbnails auf dem Handy oder kann die da erstellen oder mache das. Ich bin ja nicht der Prime, der macht das glaube ich alles immer am Handy. Ich nicht, ich mache das hier da. Jetzt musst du es am Handy erstellen. Dann wird also was Hässliches angezeigt, den Leuten. Und dann gehe ich schnell an den PC und bearbeite das, dass ein schönes Bild hinkommt und dass ein ordentlicher Titel hinkommt. Und dann passt das. Und dann gehst du los zum C-Day. Und dann siehst du kurz vorm C-Day, YouTube, die YouTube App braucht aber ein Update von 1,5 MB, was absolut gar nichts ist. Und durch dieses Update hat es irgendwie alle Einstellungen komplett von diesem Stream verworfen. Denn ich habe den Stream angedrückt auf dem Handy, bin auf Starten gegangen, wollte gerade die Zuschauer begrüßen. Man hatte immer dieses kleine Fensterchen, die Kamera, die Frontkamera, die einen filmt. Und es zeigt den Spielebildschirm, damit ihr seht, was ich mache und wie ich spiele. Durch dieses Update hat es die Einstellungen aber so verworfen von dem Stream, dass du einfach nur dieses komplette Bild Frontkamera hattest. Das heißt, ich konnte zwar filmen und ihr habt gesehen, wie ich rumlaufe und hey, was geht ab, ich bin Montana Black und bin hier gerade im englischen Garten. Aber ihr hättet das Spiel nicht gesehen und das kannst du auch nachträglich dann einfach nicht mehr einstellen. Mir blieb also nur übrig der Stream, wo die Leute schon in den Startlöchern gesessen haben, diesen Stream abzubrechen, zu beenden. Und einen neuen Stream erstellen am Handy, ohne Bild, ohne Titel, ohne alles, der dann einfach angefangen hat. Und es natürlich dann immer dauert, bis die Leute merken, hier geht nichts mehr. Hier drüben ist es jetzt, wir werden umgelagert. Das war schon richtig kacke und mich nervt sowas auch komplett. Dann habe ich gemerkt, muss ich jetzt mal kurz hier drauf gucken. Das Go Plus ging wieder nicht. Beim letzten Mal Go Plus an, rumgelaufen, das hat mega Spaß gemacht. Du hast erzählt, du hast mit dem Chat gelabert, Fragen beantwortet, die Levelaufstiege sind durchgeflattert. Im Hintergrund hat es ein paar Pokémon gefangen, das war perfekt. Diesmal, das Go Plus ging nicht verbinden. Du hast wieder drauf gedrückt, es hat einfach nur immer vibriert, vibriert, vibriert. Da rausgenommen, da angemacht, da gedrückt, da hin und her. Du hast es einfach nicht hingekriegt, den ganzen Stream übernicht. Du hast es sein gelassen. Also, du konntest auch nicht einfach mal die Aufstiege durchlaufen lassen. Du musst es per Hand fangen. Und in dem Moment blockierst du ja die Levelaufstiege. Die können nicht angezeigt werden, weil du ja... Also Go Plus geht nicht, Stream ging nicht. Im neuen Stream ist mir noch aufgefallen, der Chat ging auch nicht. Es ist ja schon ab und zu mal gewesen, dass der Chat mitten im Stream plötzlich dann ausgesetzt hat und bis zum Ende des Streams nicht mehr wiederkam. Dann hast du aber von einer Stunde vielleicht 50 Minuten Chat gehabt und 10 Minuten nicht. Aber diesmal ging der Chat von Anfang an gar nicht und es hat niemanden und gar nichts angezeigt. Das war auch bescheuert. Du konntest nicht mal bei dem Rate, den du gemacht hast, fragen, will noch jemand mitmachen, soll ich jemanden einladen. Ging nicht. Irgendwie Leute begrüßen, kann man nicht adden, wo ist dein Code oder... Ach, wo spielst denn du, wo bist denn du unterwegs, alles. Diese ganzen Konversationen, das ganze Gerede, das ganze hat gefehlt. Was dann auch gestört hat, der Schnellfang-Trick gefühlt, ging auch nicht. Wäre gezogen, losgelassen, geworfen. Wo ist denn der Flucht-Button, der doch immer da ist beim Schnellfang-Trick. Das Handy hat so gehangen oder war so überfordert irgendwie, keine Ahnung, du ziehst es rüber, aber dann hat das einfach nichts gemacht und dann musstest du jedes Mal wieder warten. Du hast schon nicht mit dem Go-Plus fangen können, du musstest normal fangen, aber du konntest nicht den Schnell... Ach, das war alles, das war alles einfach nur ungünstig und, ach, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall nicht so Spaß gemacht und war nervig und jetzt, ich muss ja gleich noch alles bearbeiten, dass der Stream anders wieder aussieht. Trotzdem habe ich versucht, diese Challenge wieder zu machen, diesmal mit Genaya, denn Genaya war da und wir sind dann zusammen eine Stunde da rumgelaufen. Das Muttertier war auch unterwegs, wir haben geguckt, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte Shiny vor 15 Uhr, wer kriegt die meisten Shinies insgesamt. Ich hatte das erste Shiny, dann hatte ich das zweite Shiny, bei Genaya hat es ewig gedauert, bis ich mal eins bekomme und dann hat sie was bekommen. Dann ist sie gleich gezogen, dann hatte ich ja zwar das erste, aber sie das letzte. Wir beide hatten zwei Shinies, also Gleichstand, jeder hätte zwei Punkte gehabt, ich für das erste und für die meisten, sie für die meisten und das letzte. Es war weiterhin spannend, denn dann habe ich wieder eins bekommen, hätte dann den Punkt für das erste, die meisten und das letzte gehabt, dann hat sie wieder eins bekommen, also war es wieder Gleichstand für das letzte und die meisten, während ich die meisten und das erste und ihr versteht das Prinzip. Wie viel ist es jetzt aber insgesamt geworden, wenn ich mal hier drauf drücke? Oder, warte, erstmal muss ich die letzte Seite abholen, von der Forschung. Das ist nämlich ganz wichtig. Achso, und das ist auch noch ein Punkt. Ich weiß nicht, von wem das Ticket kam. Wenn du mir das CD-Ticket geschenkt hast, dann schreib es bitte mal in die Kommentare, schreib es mal hier unten rein, denn auch das war Quatsch. Ich sehe auch, das Ticket ist jetzt im Shop, der Kauf-Button war aber grau. Du hast dieses Ticket schon, stand da. Ich dachte, okay, okay, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass mir das jemand gekauft hat. Ich gucke ins Tagebuch, es war 21 Uhr. Die Beiträge gingen bis 16 Uhr zurück, weil ich mache ja nicht so viel momentan oder mit dem Account überhaupt. Da war nichts, da war nichts. Wann wurde mir denn das Ticket geschenkt? Wer hat mir das Ticket geschenkt? Wenn du es warst, dann schreib es rein. Jetzt schreiben wieder 10 Leute. Ich, hi, 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 ist das lustig? Aber ich habe keine Ahnung. So, danke auf jeden Fall. Die Forschung nimmt man ja immer mit, habe ich gesagt. Hier habe ich jetzt auf der Seite 4 von 4. Rob Ball bleibt am Ball. Rob Ball hat zwei silberne Sanada-Bären. 15 über Bälle. Hier eine Begegnung mit Rob Ball mit 476. Also wir haben ja vorhin, glaube ich, schon herausgefunden, dass das 100%ige über 480 haben muss, weil 470 war ganz gut. Dann hatte ich ein 690er zwischendurch. Das war kurz vor 480. Man kann ja das mal kurz bewerten. Ne, das ist schlecht. Das hat hohe WP, weil es 15 Angriff hat. Denn das 690er, was ich hatte, war, glaube ich, 14, 15. Deswegen war das kurz vor 480. Aber, ja. Hier auf der letzten Seite gibt es jetzt nochmal 5500 IP. Es gibt drei Sonderbonbons. Und es müsste ja eine Begegnung mit Prima Rene jetzt geben, was dann direkt auch die Sidae-Attacke hat. Das hat 13,27. Wahnsinn. Wir können es ja mal versuchen, mit einer gelben Beere zu fangen. Da hast du da ins Abgeholt, Genaya, auf der letzten Seite. 13,55, meine ich hatte. Boah. 13,55 hatte ihr's. Damit ist der Spoiler auch schon da, dass das absolut nicht gut sein kann. Ich habe wenigstens 40 Bonbons mitgenommen. Es ist auch noch das kleinste. Du wirst ja hier doppelt und dreifach bestraft. Einfach nur noch. 13,55 hat sie. Wir haben 13,27. Das kann, wie gesagt, nicht gut sein. Es hat auch nur zwei Sterne. 11,10. 13. Meiningen. Aqua Hobitze. Charme. Das musst du für die Superliga nehmen, habe ich gehört. Nimmt man das in der Superliga? Ich mache mal hier was dran. Das werden wir einfach mal so lassen. Weil ich entwickle... Wenn ich was entwickle, entwickle ich immer die Höchsten. Und die kommen natürlich dann über diese Punktgrenzen drüber. WP-Grenzen. Aber das mit Charme, Aqua Hobitze, klingt doch gut. Jetzt ist das fertig. Hier habe ich nochmal drei, die ich abholen kann. Aber wenn ich hier reingehe, möchte ich erstmal gucken, hat es vielleicht aus den Wilden ein hundertprozentiges mitgenommen. Wenn ich hier drauf drücke, sehe ich kein hundertprozentiges. Das ist also nicht da. Was? Hier sitzt ein XXL. Ich muss erstmal gucken, ob ich XXS, ob ich da was gefangen habe heute. Nein, habe ich nicht. Habe ich ein XXL heute gefangen? Nein, habe ich nicht. Aber hier sitzt angeblich eins. Das heißt, ich muss mich total beeilen, dass wir das noch mitnehmen. Denn ich muss jetzt auch kurz mal schauen nach den Shinies. Ich habe im Stream, glaube ich, vier Stück gefangen. Ja, das 717er war das, was ich als letztes gefangen habe. 14.59 Uhr. Womit ich dann den Sieg geholt habe mit den Punkten. Und auf dem Heimweg habe ich es geschafft, das GoPlus zu verbinden. Da ist das noch mitgenommen worden. Die vier können wir ja kurz mal bewerten von heute. Das hat 0 Sterne. Das hat 1 Sterne. Das habe ich dann für die Aufgabe durchentwickelt. Das hat 1 Sterne, aber 15 Angriff. Das hat 1 Sterne, aber 15 KP. Das hat 0 Sterne und 15 Angriff. Da war wieder das Geräusch. Als würde sich irgendein Gerät verabschieden oder nicht machen. Aber ich sehe, das Mikrofon macht weiter mit. Irgendwas, irgendwas, irgendwas passt hier trotzdem nicht. So, also 100er haben wir nicht. XXL haben wir nicht. XXS haben wir nicht. Shinies haben wir fünf Stück jetzt gehabt. Waren das fünf? Ja, waren fünf. Das ist okay. Eigentlich kann ich eins mal aufheben, falls mal einer eins tauschen. Möchte oder so, dass ich das abgeben kann. Hier möchte ich jetzt zu Hause die noch wegfangen. Jetzt muss ich... Klappt das mit dem Schnellfang-Trick. Curven loslassen, rausgehen. Passt. Hier nächstes. Ziehen. Curven loslassen, rausgehen. Passt. Butterweich. Ich sage es euch. Butterweich. Das Gefühl hier an dem iPhone. Curven ziehen, rausgehen. Ne, erst ziehen. Ziehen. Curven loslassen, rausgehen. Ich denke mal, es lag, also nicht am Spiel, es lag am Handy. Nicht nur, dass die YouTube-App gesponnen hat, dass GoPlus gesponnen hat, das Handy Stress gemacht hat, der Ticket-Inhaber unsichtbar war, Ticket-Gifter unsichtbar war. Also es war auf jeden Fall, stand nicht, stand unter schlechten Stellen. Es ist jetzt auch nicht mal mehr was da. Ich habe sonst das Glück, wenn ich zu Hause hier was andrücke, dass da noch ein Shiny dabei ist, was man in der Thumbnail mitnehmen kann. Habe ich jetzt nicht. Ich habe aber noch drei hier mitgebracht, die ich abholen kann. 476. Joaah. Eben, der hatte ja 15, 13, 13, glaube ich. Mit 476 hat der jetzt auch so viel. Wir holen den jetzt ab und bewerten den und gucken kurz mal rein, ob der genau dieselben hat. Ne, der hat 14, 14, 14, drei Sterne. Der sieht cool aus. Wir haben noch zwei zum Abholen. 468. Ne, der ist ja wieder schlecht, also den brauchen wir uns nicht angucken. Und der letzte ist 407. Also die werden, der ist noch schlechter, die nehmen immer 10 ab. So. Dann haben wir jetzt alles. Wir haben die hier abgeholt. Wir haben das abgeholt. Wir haben hier dann nix. Wir haben die Shinies. Wir haben das entwickelt. Okay, das andere habe ich auch entwickelt. Und ansonsten könnte man noch Alter 0 und Robball eingeben. Und dann sehe ich, dass ich heute 198, beziehungsweise wenn man die Entwicklungen dazu zählt, 204 Robball gefangen habe. In einer Stunde. Ist das viel? Ist das nicht viel? Wie viel habt ihr gefangen in einer Stunde? Habt ihr eine Stunde gespielt? Zwei Stunden? Drei Stunden? Die meisten werden wahrscheinlich drei Stunden durchziehen. Wenn ihr in einem Park seid, wo Schatten ist, wo Bäume sind, macht das sicherlich auch Spaß. Mir hat es den Spaß ein bisschen genommen, weil halt am Anfang so viel Mist war, was halt nicht gepasst hat. Mit dem iPhone jetzt hier. Super flüssig. Super flüssiges Gameplay. Da macht es Spaß zu werfen, zu körfen. Der Schnellfangtrick klappt. Und ich habe hier ein Mikro, ich kann sitzen. Am besten im Sitzen spielen, dann passt das. Ne, draußen ist schon cool, aber die Technik muss halt auch hinhauen und passen. Wie ist eure Ausbeute? Schreibt es mal rein. Wie viele Scheinlichs habt ihr gefangen? Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Hunderter bekommen? Habt ihr was entwickelt? Kämpft ihr damit in irgendeiner Liga? Schreibt es mal rein. Ich kämpfe ja nicht in der Liga. Ich habe damit aufgehört, weil Gewalt ist keine Lösung. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. So. Ciao.